Ja, Leute, ausnahmsweise mittendrin in einer Mission geht's weiter. Abenteuer auf der Geisterinsel. Santoré. Einmal aus dem Grund, ich hatte vor, leider, noch was zu tun. Deswegen musste ich ausnahmsweise den Part mal benden. Alter, Perona, gehst du mir auf die Eier? Alter, ich verreck jetzt hier nicht. Was wäre das für ein peinlicher Start in einen neuen Part? Jetzt habe ich Perona nicht mal erwischt. Dorf habe ich, aber ich ziehe. Komm, was ab. Ich muss da echt aufpassen. Diese Geisterscheiße ist nämlich... Ich bin der Ratz. Ich hätte nie gedacht, Perona ist wirklich die Einzige, die mir bis jetzt auf die Eier gegangen ist. Also wirklich so, dass ich mal kurz vorm Sterben bin. production. Die kommen vom Verkaufeln. Ich bin der 4. Ich bin ein von einem Wokka-Schi-Budel. Ich bin Bersalamiakuma. Das ist Moria. Moria? Nein, ich glaube, es geht nicht mit Moria. Ich bin jetzt von diesem Land weg. Wenn du gehen willst, wo du gehen willst? Ich habe mich gefragt, was ich? Aber das ist ja auch ein Vakanz. Ich würde es schmerzen, und es schmerzen, um die Hohenbüren zu leben. Ich bin ein Wunscher. Das ist ein Wunscher. Das ist ein Wunscher. Das ist ein Wunscher. Das ist ein Wunscher-Mugwara. Das ist auch hier, Monkidie Luffy. Okay. Mh, das wird jetzt das hier gegen Bär. Wobei, wieso sieht das ja nicht so stark? Ja, das geht. Aber ich glaube, ich habe da hinten Heilung gesehen. Und die werde ich mir jetzt auch vorsichtshalber mal holen. Jep. Komm Raffi, gib ihm. Gut gemacht. Jetzt kann ich auch weiterdarchen. Uh, ein Schatzereignis. Wer hätt's gedacht? Ich bin der Schatzereignis. 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 Was? Geh gut! Und sag mal! Mugiwara wurde in Moria getötet! Aber wir werden uns bald sehen. Ansonst nicht. Wir haben uns nicht geholfen. Ja, mach die Tür auf. Und labbe nicht. Bitte. Okay. Wie sieht's hier eigentlich aus? Vereine die Crew mit Brook ohne jemanden im Stich zu lassen. Bekämpfe Fragezeichen. Okay. Habe ich wahrscheinlich schon eine Sache verkackt. Yay! Wäre jetzt gedacht. Wie komme ich jetzt da rüber? Ach so, ist denn da. Da ist er aus. Da bin ich jetzt echt noch erwischt. Ah, das testen wir jetzt mal aus. Ah, was ist das für ein Bullshit. Egal, da machen wir es halt so. Ich wollte die Attacke eigentlich gerade auf was los schicken, aber hey, dann halt nicht. Dann mache ich es halt so. Geht viel schneller. Ich glaube, das sehen wir noch der Kampf, oder? Und dann sind wir fertig. Ah, ich sehe schon mal aus. Das ist jetzt wieder. Oh, da macht die Gum Gum Gatling. Oh, da macht die Gum Gum Gatling. Oh, da macht die Gum Gum Gatling. Oh, da macht die Gum Gatling. Oh, da macht die Gum Gatling. Oh, da macht die Gum Gatling. Da ist kein Gegner mehr. Ich habe da alles platt gemacht. Oh, da ist eine Abwehrbuch. Oh, da ist eine Abwehrbuch. Oh, da ist ein Abwehrbuch. Hey, alle nur in Schwierigkeiten. Ich glaube, es hackt. Ja, wir haben es kapiert. Ihr habt alle Probleme. Ja, leckt mich am Arsch. Okay, ich sehe aus. Das kommt zu Verfehlen. Jetzt hat es sich ausverpasst. Ah, leckt mich am Arsch. Leckt mich doch am Arsch. Leckt mich am Arsch. Let's go. Komm aus. Heute ist jetzt die Fresse voll. Ich hab nämlich keinen Bock mehr. Nein. Jetzt hat's mich runtergeslidet. Pissenecke. Und Oster hat sich verpisst. Ich kotze da echt ab, Leute. Gleich hab ich ihn. Jetzt komm. Ah, das hat von Timing nicht so geklappt, wie ich wollte. Okay, Oster ist im Boden. Fehlt jetzt noch Moria. Okay. Das ist nicht so, wie ich weiß, was ich probier. Nein, 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 nein. Uh, die Erechte, die Erechte, die Erechte. Okay. Okay, der Morio ist auch schon down. Morio hat Schatten gesammelt und Oss wieder hergestellt. Oh, danke. Natürlich. Das ist doch so ne Verarsche. Ja geil, was soll ich denn da bitte machen? Blocken kann ich ja nicht. So macht das keinen Spaß, Leute. Echt nicht. Das hat mich echt noch erwischt. Das macht doch keinen Spaß. Wenn jeder Bosskampf so wäre, dann würde ich kotzen. Ach. Was? Nein. Leck mich aber. Ah. Ah, jetzt ist Oster ganz da hinten. Toll. Ich kotze ab. Ich kotze grad. Überab. Was für ne Drecksmission. Gott sei Dank hab ich den Part zwischendrin gemacht. Äh, beendet. Da wär ich auf ne Stunde bis Stunde gekommen. Da kann ich beispielsweise gar nix machen. Ah, da. Da kann ich auch wiederum nicht viel machen. Ah, das kann ich aber machen. Ja. Jetzt ist perfekt. Komm, mach deine Arme-Attacke. Oder dir nach vorne Basuga. Natürlich macht er die Kacke jetzt. Komm. Ja. Ich teste mal was. Mal gucken, ob ich ihn treffe. Oh. Ein bisschen. Ey, verdienen wir so ein bisschen. Deshalb der Beste. Deshalb der Beste. Das merkt man einfach. Weil ich kann mit Zorro so gut wie gar nix machen. Was echt traurig ist. Ich kann jetzt höchstens das hier machen. Ja. 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 aj. Ja. Ja. 山 Seiten. Ja. Ja. Moria ist aufgetaucht. Und ich kann natürlich keinen Kisuna-Angriff auf ihn machen. Aber ich bin jetzt leicht enttäuscht, muss ich sagen. Wieso gibt's nicht einen Samurai? Das Samurai hätte ich mir nämlich echt gern gewünscht. Ah, da ist er Moria. Ich muss mich aber demnächst mal nach Heilung umschauen. Sonst wird das noch ganz knapp verkackt. Und wenn ich Glück habe, kriege ich den Kisuna-Angriff noch hin. Ah, du behinderter... Ah, du behinderter... Okay, jetzt noch einmal den Angriff und dann verpisse ich mich mal kurz und hole mir irgendwo Heilung. Aber ich habe Angst, dass der Basti hier sich heilen kann. Aber die Frage ist, es riskieren, dass er sich heilt oder riskieren, dass ich sterbe. Ich riskiere es jetzt mal, nicht? Und so Heilung. Oh, okay, dann können wir es auch so machen. Egal, dann machen wir es auch. Sanji ist nämlich auch gleich in Not. Dann mache ich schnell auch noch eine Attacke. Falls das nicht reichen sollte. Hat es gereicht? Scheinbar nett. Ich warte jetzt kurz, sobald einer von den zwei wieder Hilfe braucht, gehe ich da nämlich nochmal. Ending, Angriff. Komm, 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 schnell nochmal. Ja, jetzt. Das hat der Bau noch nicht ganz gereicht. Ah, perfekt. Jetzt aber, komm. Das muss jetzt reichen. Das coding ist er. Das ist wirklich her. Das ist ein Wettbewerb! Wenn du wie ein Wettbewerb, das so großartig ist, dann wird es nicht so großartig. Geh auf, Geh auf! In der Welt wird es wie ein Wettbewerb. Und zwar wie möglich. GOMU GOMU NO! GIGANT! GEST GERU! It's Huge! Streetpalter also returned! Uh... Rião! It's too bad! Whaaa? Das ist eine große Herausforderung. Für das ist es, ich werde einen Rufi-Megi-Wara mit einem Lüffi-Megi geben. Wenn es sein kann, dann wird die Regierung auch nicht sagen. Das ist ein仲間! Na, Lüffi-Megi-Wara zu hier! Gott, Warte! Es ist ein Schmerz. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF